Hi, herzlich willkommen bei Syrn TV. Heute zu Gast Bo Sebst von der Band Lord of the Lost, der gleich mal ein paar Baritongitarren ausprobieren wird. Zum einen haben wir eine Raven und eine Zodiac, beides Bariton, 72er Mensur, mit unterschiedlichen Tonabnehmerbestückungen und ihr werdet hören, wie das klingt. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018